Liebe Leute und willkommen beim Ness. Wir haben heute mit Nathaniel. Heute spielen wir mal Airpods Story 2. Äh, ja. Und zur Zeit erzählt uns die Pilotenkeilin, wie du wahrscheinlich sagen kannst, handelt es sich nicht um ein normales Flugzeug. Ladies and Gentlemen, ich heiße sie, helfe, Sie will kommen im 900... Wie soll ich das schon... Egal, du hast recht... Du hast richtig... Gehört, der Präsident würde gerne persönlich mit euch feiern. Du hast letztes Mal... Wie... Ich gebe es auf. Das geht so schnell. Nee, ich gebe es auf. Okay. Äh, oder nicht? Wir verstehen immer noch nicht, wie der Käpt'n die Kontrolle über diese Zeit verloren hat. Wie auch immer. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Ja, Leute. Ja, mal sehen, was wir so machen können. Okay, let's go. Äh... Oh, sie hat sich den Kopf gemeldet. Hey, noch einer hat sich auch gemeldet. Ich denke, sie haben Charakter zurücksetzen gemacht. Und Charakter so... Hey, bist du da... War das nicht deine Leiche dahinten? Wir sind nur drei. Nein, nein, nein. Doch, wir sind... Oh, komm, wir sind schon wieder... Was für drei? Immer... Was? Oh, ein Looping! Wenn man rausgeguckt hat, wenn man rausgeguckt hat, hat man sich gesehen, dass die einzelnen Flugzeugteilen sich rumgerüttelt haben. Echt? Ja. Oh, ich schreibe. Haben wir gerade eine Fassrolle gemacht? Looping! Vielen Dank für deine Zusammenarbeit. Gerne geschehen. Ich arbeite ja immer zusammen. Ja, irgendwie so. Sorry, äh... Warte, wir haben schon... Ich wurde informiert, dass ein Präsidentagent im nächsten Raum auf dich wartet. Bitte finde ihn dort für weitere Dinge. Okay, was... Oh, hier ist deine Talente. Hier sind Menschen. Ich lese mal, was ich rede. Geil, ich kann den Besen anklicken. Und... Na, Daniel! Ein Zettel, äh, was? Hier! Hier ist ein Zettel. Und wenn man es anklickt, hat man so am Rand so eins von sieben. Nichts. Schreibt es mal auf. Oh, warte. Nichts. Ja, ja, mach mal in einen echten Zettel. Schreib es mal auf. Oh, warte, ich mach Peekaboo. Oder halt, äh... Wer ist versteckt? Ich bin versteckt. Wer ist versteckt? Ich... Ich bin dumm. Okay, ähm, ja. Komm, komm mal. Uh! Warte, ich will was probieren. Und der Glückling von... Keine Ahnung, was er da war. Warte, da ist noch ein Zettel, Nathaniel. Da ist noch ein Zettel. Da steht... Da steht... Folge mir in den nächsten Raum. Ich gebe dir ein paar Anweisungen. Oh, das sieht so lustig aus. Stopp, stopp, stopp. Let's go. Guck mal. Vertrauen steht da. Schreib es mal auf. Ja. Wo? Vertrauen da hinten. Guck mal, da hinten. Ja? Hier. Und dann Vertrauen. Ja, ja. Oh, warte, wo bin ich gerade gelandet? Noch ein Zettel! Er! Habe ich schon aufgeschrieben. Okay, gut. Okay, nicht. Warte, wir lassen den Opfer nicht trinken, dass wir das nicht angeschrieben werden von dem Kapitän aus. Natürlich, ich will angeschrieben werden. Echt? Danke mir. Ich bin so toll, Patschik. Ich hoffe... Aber wir haben schon das einmal gezockt. Zweimal sogar? Ja, aber... Ja, wir haben... Überall ist nur ein Ende nicht, aber wir tun... Ja, wir haben so ein bisschen... Wir tun so, dass wir neu sind. Ja, genau. Wir haben so ein bisschen schon rumprobiert, aber ja. Äh, falls ihr es wissen wollt, warum wir so schlafen. Schnappt euch ein Glas Wasser. Oopsyduopsy. Oh nein, das war der andere. Ich bin so toll, Patschik. Das war der andere. Oh, das war er. Ich wollte... Er wurde gemobbt. Schnell. Man muss so schnell tippen, tipp, tipp, tippen. Hier ist ein Eimer. Bis er redet. Da haben wir schon 10.000 Mal es beseit... Hört auf. So. Be, 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 Besen. Ich mach so nen Tisch. Was? Man muss auch noch den Tisch machen? Ja. Toll, es ist sauber. Bam! Besenkraft besiegt niemand. Boom! Ups. Mein Besen ist weg. Mein Besen ist weg. Schnell einen neuen holen. Komm, ich hoffe... Ja, dann, dann. Das ist ein unendlicher Besen. Wir haben jetzt irgendwie... Nein! Da gibt's doch drei. Das sind drei Besen und genau perfekt für uns drei. Aber die sind immer noch nicht leer. Ja, 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 ist so, ne? Also, Herr, 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 ähm, ähm, Präsident Ronald, der rot ist. Hey, will er mein Dings riechen? Nein, leider. Ich! Oh, eine Küche. Bau diese Brickwall. Oh, oh. Bau diese Brickwall. Was warten? Oh, nee, ich will Koch werden. Ich denke... Es ist die Gewohnheit. Entschuldigung. Denkst du, der Typ wird kochen? Ich will halt zeigen den Leuten, wie man das mit dem Kochen macht. Ich will, dass der Junge das macht. Ich will nicht sterben. Ich will das machen. Ey, wehe du, glaub mir. Wenn du das bist, dann hast du große Probleme. Denn bei dir funktioniert es nicht. Du hast immer Probleme bei solchen Dingern. In Roblox. Haben wir übrigens herausgefunden. Ja. Wir haben ein delikateses Mahlzeit vorbereitet. Ja. Herr Ronald. Ich bin ein Baby. Nehmen Sie mich bitte auf den Schoß. Ja, guck mal seine Haare hinten an. Er ist Tomatenrot. Und dann, wenn man da drauf ging, dann ist es so. Was? Durch Chef. Durch diesen Chef aus diesem Plan. Blablabla. Jetzt. Wir nehmen, kümmern uns um ihn, Herr Präsident. Oh, bitte. Ich bin der beste Kocher ever. Ich denke jetzt irgendwie, dass er... Nein. Ja. Wenn er jetzt stirbt, ist es uns egal. Jetzt. Ja, okay. Aber Mr. Präsident, ich habe noch nie gekocht. Sagt der Trifay 2021. Nun. Dann soll ich das besser schnell lernen. Sonst werfe ich dich aus dem Flugzeug raus. Aber das ist nicht höflich, Herr Dings. Wir sind ihre Gäste. Und mit Gästen soll man nett sein. Ich schreibe mir jetzt. Ich schreibe einfach rein. Leute, falls ihr dieses Video seht, dann bitte liked es. Für... 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 Wie nennt man das? Für... Leid... Für... Leid... Ähm... Dieses Dingses. Wieso kann ich jetzt nicht Noob schreiben? Ist das bei euch auch so? Egal. Er ist kein Noob. Und dass ihr... Das ist voll unhöflich. Und schreibt in den Kommentaren, äh... 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 Ronald Rot... Und ähm... Ronald Tomate. Damit ihr beweist... Schwört einfach irgendwas mit Ronald da, dass er böse ist, weil äh... Er so ehrenlos ist. Genauso wie dieser Agent ein bisschen netter ist, denn er hat uns putzen gelassen. Was ist das? Äh... Ich denke, er will sterben. Er findet das, äh... Nein! Kohl nicht. Was ist ein Kohl? Da! Salat. Salat? Ah... Macht er das? Okay, er stirbt. Ciao, The Vegan! Dauert zu lange. Nehm ihn aus! Wow! Äh... Ich dauere noch! Das war vorher... Wenn ich äh... Die Suppe gekocht hab, war das auch so... So... Ich hab... Ja! Männer können halt nicht kochen! Männer können halt nicht kochen! Aber ein Apfel! Wieso ein Apfel in eine Suppe? Ja, bei dir war's wirklich so. Aber er hat da nix reingelegt. Wir essen nix! Wieso ist er überhaupt in Ordnung? Keine Ahnung! Auf jeden Fall, ähm... Kann ich besser kochen! Und wenn ich gekocht hätte, müsste niemand leiden! Ehrenlose Leute! Ja! Und diese Produkte sehen nicht nach den Produkten aus! Kohle ist glaub weiß, oder? Und nicht grün wie Salat und Brokkoli! Ja! Viel Spaß! Ja! Lecker! Okay, er schreibt... Viel Spaß! Ja! Lecker! Okay! Er schreibt... Viel Spaß! Guck mal! Der Agent... Der Agent sitzt... Er lächtelt! Warte mal! Sei mal leise! Der Agent steht die ganze Zeit noch! Wieso tun seine Füße eben nicht weh? Das ist so! Er darf nicht mal essen! Egal! Komm lass uns! Aber der hat nicht der Präsidentin alles? Oh! Ich habe gerade gesehen, wie sich das geöffnet hat! Echt? Geil! Welche Hackerfarbe ist es? Rot! Nein! Nein! Das sehe ich! Ich mache diese Seite, du die andere! Oder? Welche Seite bist du? Warte! Sollen wir keinen Zettel finden? Hier irgendwo muss doch klar mein Zettel sein! Oder im nächsten Raum? Nein! Keine Ahnung! Welche Farbe? Rot! Nein! Das siehst du da im Fernsehen! Welche Farbe? Aha! Nicht rot! Aber letztens war das grün! Ja! Das wurde grün! Aha! Bananegrun! Ja! Bananegrun! Warte! Um den Präsidenten zu schützen, haben wir einen Geheimcode erstellt! Jetzt musst du versuchen, den Code zu herausfinden! Viel Glück, Hacker! Okay, blau! Alles ist blau am Anfang! Nein, nicht alles! Aber zwei auf einmal war gerade nur blau! Hä! Einfach blau zu... Das ist leicht! Ich habe zwei Versuche auf einmal... Nein! Bleib stehen! So, das ist easy! We are the Jedi! Hä? Hä? Das stimmt was nicht! Undere blau? Hä? Schon richtig! Das ist grün! Nein, das habe ich gemacht! Was ist in der Wald? Sie sind doch falsch, Herr Dings! Danke, Gott kriegst doch keine Zeit! Wollen wir vielleicht grün machen? Ja! Oder rot! Ich denke rot! Ich probiere mal grün! Ich rot! Doch! Ach so! Du musst nochmal Türkis machen! Denke ich! Dann gibt es eine andere blau! Hä? Okay! Dann tun wir mal rot! Man muss so lange tippen, bei der hellblau, bis man die Maus nicht mehr berühren kann! Aha! Wow! Ist hier ein Zettel? Hier ist ein Zettel! Ja, genau! Da war der Zettel! Hau-Tier! Hau-Tier! Was ist das? Schnapp mal noch! Wow! Ein Schlüssel! Wir wussten es vor allem gar nicht davor! Ein Zimmer! Und noch ein Pilotzimmer! Hallo nochmal! Nochmal! Tut mir leid, dass ich früher gehen musste! Sehr verdächtig! Also... Ähm, warte! Nicht vertrauen! Mach alles bereit! Guck mal! Hier steht nicht vertrauen! Er hauntiert euch! Ja, ich vertraue sowieso hier keinem außer dir natürlich! Du bist ja ein Mensch! Imposter! Ja, genau! So ne? Imposter! Der kommt mir so Imposter-mäßig vor! Ronald! Wie bist du überhaupt Präsident geworden? Und warum? Hockst du nicht auf dem Stuhl, sondern eher ganz am Eck? Ist so! Er macht seine Übung! Guck mal! Mach mal mit der Kamera so nah bei der Sprechblase! Ey, das sieht so nice aus, so mit der Sprechblase! Ich mach mal ein Screenshot! Nein, geh weg! Warte, was? Äh, ja! Noch ein Zettel! Er! Fünf! Wieder er! Ja! Haben wir ihn überhaupt vorhin gefunden? Keine Ahnung! Okay! Ich geh mal... Ich will nicht! Okay, Nathaniel! Wir wissen, was zu tun ist danach, okay? Ja, ich sag's nicht! Gar nichts suchen! Das ist, dass man die Lobby zuschauen kann oder... Äh... Jam, 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 jam! Oder halt, ähm, dass man es kaufen kann! Good night! Good night! Good night! Ich geh lieber mal! Ich hab ein Lone Bildschirm! Es ist schon Nacht! Ja, was... Was sagst du? Was denkst du dir, Nathaniel? So? Nathaniel, ich kann nicht schlafen! Game... Recording... Because Game-Winner-Result changed! Was? Mist! Ich weiß auch nicht so! Ah! Ein Monster! Ähm... Was, ähm... Leute! Der Vorhang... Was ist mit dem Vorhang? Er öffnet sich! Ähm... Und da ist ein Monster! Ähm... Ähm... Okay! Schnell weg! Schnell nach hier! Nicht springen! Wieso? Es tut schlecht! Wustenzeit, Nathaniel? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist das Monster! Hat das Monster überhaupt einen Namen, Nathaniel? Kennst du es schon? Ja! Äh... Monster heißt immer... Oh nein! Was ist da los? Feuer! Boah! Was? Zum Teufel! Was machst du denn? Ich hab's nicht angeguckt! Du guckst jetzt an! Ah! Es geht ein Leben! Das ist leider kein Feuer! Na, Daniel! Das ist Lava und kein Feuer! Äh... Ja! Richtig Feuer! 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 Das soll Lava sein! Okay! Schnell! 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 Kapita! Renn um dein Leben! Kenn ich doch! Was ist hier? Ein Zettel! Wo? Tut! Tun! Ich brauch nur noch einen Zettel! Tun! Stopp! Wie gehen wir nach oben? Wir gehen mal nach oben! Wir sagen nicht warum! Weil Banane! Banane krumm! Ja, weil Banane! Sind wir ganz oben! Hauptsache nicht schubsen, Nathaniel! Es geht jetzt hier um Leben ohne Tod! Wir können uns nicht schubsen! Unsichtbar! Schon tot! Find ich gut! Ja, ich bin tot, weißt du! Und ich bin ein geiles Buf! Ich hab Angst! Aber ich denk bei denen, wir müssen dann später zum... Keine Ahnung! Naja, ab hier war... Wir sagen euch den Moment, wo wir gestorben sind und warum wir hier oben sind! Der Boden! Ja, genau! Wegen dem Boden sind wir gestorben! Checkt ihr, was wir jetzt meinen? Oh mein... Gut eigentlich, dass wir hier gegangen sind, weil guck mal! Das andere... Äh, ja... Ach, wir haben das Grill! Ich denk... Deswegen sind wir auch vorhin gestorben! Das wollen wir jetzt ein... Was jetzt kommt, wissen wir jetzt wirklich nicht! Der Feuer ist aus... Pfff! Du gehst zuerst runter! Äh... Men's first? Gentleman's first? Warum ist es auf einmal rot? Dieses komische Dings... Und warum ist das auf einmal green? Was? Dieses Dings war doch vorhin rot und das war vorhin grün oder weiß, oder? Leute da... Ich bin hier da! Das ist halt so ein Mensch! Leute, das Telefon klingelt! Wir sollten es abholen! Aha, das ist ja Telefon! Ach, und ich wundere mich, warum es rot ist! Pff! Telefon, welcher seine Form will hinbekommen! Pam, du bist dran! Na, Ladies? Wie machen wir es? Hallo? Hallo? Wer ist da? Warte, ich geh schnell irgendwo weg von euch! Wie ist da? Du Hund-Telefon! Hey Leute! Ich bin froh, dass du abgeholt hast! Ja! Ich auch! Hey, abgeholt! Etwas in diesem Flugzeug passiert ist schrecklich oder so! Du sagst nichts! Nicht! Ich denke... Ich kann nicht erzählen... Ich kann dir nicht viel davon erzählen! Durch das Telefon sage ich... Das Problem ist, dass die Tür verschlossen ist! Gib mir einfach eine Minute, während ich versuche sie freizuschalten! Komm näher, während ich das... Komm näher, während ich das mache... Meinst du wieder rot gegangen? Was müssen wir machen? Näher sein, oder? Keine Ahnung! Ja, ich hab nicht gelesen! Was? Okay... Da, da, da... Ich hab Angst! Was? Du willst nicht von uns entkommen? Was? Du willst nicht von uns entkommen? Muhahaha! Oh nein! Sag ich... Sehr gechillt, ne? Was soll ich machen? Lass dich nicht von ihm erwischen, was? Ah! Wo ist er? Hinter uns! Hinter uns! Ich seh nicht! Ahlalalalalala! Hinter uns! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Du glaubst nicht! Ich ist hinter uns! Ist diese Tür offen? Nein, wir sind arm! Ah! Wir sind zum tot! Ich bin das! Ich hab Damage gekriegt! Damage! Gut! Wieso geht das hinter mir? Rettet mich! Rettet mich! Rettet mich! Mehr... Oops! Ah! Nathaniel, wir müssen ihm irgendwie entkommen. Wie? Wir müssen 23 Sekunden warten. Geh weg von mir, du Monster. Geht mehrere. Wo ist er? Hinter mir. Okay, geht er immer noch? Was machst du? Jetzt geht er hinter mir, denk. Ich habe Leben verloren. Okay, 4, 3, 2, 1. Ist er weg? Die Tür ist offen. Dankeschön, Gott. Setz in. Wieso geht sie aber nicht zu den anderen Menschen, wenn ich hier da bin? Gesundheit. Danke. Das war knapp. Ja, danke, Pilote. Was? Wie steuerst du? Alle sind hier. Wow. Außer der, der vorhin gestorben ist. Und die anderen 2, die haben... Ist? Hier ist es? Ist. Das ist das letzte. Ich habe ein Abzeichen verloren. Ist. Nicht vertrauen. Ist. Nicht vertrauen. Ich auch. Das geheime. Er hauntiert. Er hauntiert. Er hauntiert. Er tut ist. Hä? Tut nicht vertrauen. Er ist hauntiert. Tu nicht vertrauen. Er ist hauntiert. Was ist hauntiert? Hauntiert. Es hat gemacht. Du komm her nochmal. Ich google. Ich will jetzt googeln. Was? Gesundheit. Danke. Ich wusste... Die gute Nachricht. Ich bin nicht nur Pilot. Was? Bist du hier? Polizei? Geist der Lieder? Polizistin? Ich bin... Ich also... Ich bin auch ein Secret Agent. Ja, finde ich gut. Hä? Aber wem sollen wir sein Vertrauen? Ich habe so ein schlechtes Gefühl wegen Ronald. Hä? Da oben ist ein Flugzeug. Guck mal noch. Hä? Ist das von der... äh... Flugzeug 3? Das könnte... Ja, es ist von... Vielleicht von der Flugzeug 3. Zeig mal. Ich sehe gar nichts. Sehst du es? Wo? Wo ist deine Kamera auch raus? Und jetzt? Ja. Was ist das? Flugzeug? Vielleicht kann man bei... Gucken wir mal runter noch irgendwie. Geht nicht. Nein, das geht nicht. Egal. Aber wem... Guck mal... Guck mal raus. Tu denn... äh... Deine Maus, wo das Flugzeug geht. Und dann bemerkst du, das Flugzeug geht überhaupt nicht. Denkst du, dass du einfach nur Himmel denkst? Nein. Aber das, was das Flugzeug... Okay, dass das auch schaut, dass... Jetzt... Da du Geschichte... ... über den Monster weißt... Oh, wir haben nicht mal zugehört. Ich weiß. Äh... Ja. Oh, was ist das? Okay. Oh, nein. Warte. So kann der Präsident sein. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Was ist der Präsident sein? Ja. Ja. Du hast recht. Nimm diese Waffe. Wo? Welche Waffe? Waffe? Waffe. Was für Waffe? Waffe. Und wo hat sie eine Murder Mystery Gun? Zeig. Ist hier zu Murder Mystery Gun. Eine MM2 Gun. Ist hier zu Murder Mystery geflogen? Entdecke ihn und töte ihn. Waffe. Okay. Du kannst besser schießen, oder? Ja. Ich hab's nicht. Ich werde... Oh, nein. Was hast du gemacht? Es tun. Nein, ich bin der Mörder. In Ordnung. Du bist der Sheriff, mehr. Okay. Und du bist... Innocent. Mein Beschützer. Du musst ihn ablenken und dann schießen ich dich ab. Ich bin ein Passagier. Innocent Passagier. Wir werden sterben. Woher? Dort sind... Raushüpfen. Hallo? Schieb sie ab. Da bist du. Wir haben nach dir gesucht. It's over. Wir haben dich entdeckt, du Monster. Oh, warte. Ich sehe. Warten. Diese Waffe runter. Was tust du? Hände hoch. Wir kennen... Wir wissen, um den Plan, uns zu töten. Ja, wir wissen, dass einer von euch das Monster ist. Denkt er. Du machst einen großen Fehler wie einen großen Fehler. Wir sind nicht keine Monster. Na ja, der Ronald schon. Vielleicht aber noch die... Aber der Ronald ist kein Monster. Ich schwarz-eisen König, der nach... Was sollen wir machen? Ich hätte... Nein, nicht der Ronald. Ich hab den Ronald, der hat mir nie gefallen. Was? Aus. Der Ronald war das nicht. La, 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 la. Wir haben verloren. Like, wie? Wir haben einen großen Fehler gemacht. Ja, das war der. Vielleicht ist er dann das oder die Piloten. Der Agent war das. Nein. Doch, er war nicht da. In einem Monster. Und Ronald ist bei den anderen. Guck. Oh nein. Was habe ich getan? Du bist das Monster. Komisch, wie du mich immer wieder Monster nennst. Ja, bist du aber. Warum habe ich das getan? Entschuldigung, Ronald. Ich habe nichts gemacht. Alle von dir sind die echten Monster. Jetzt kann ich deine Seele nehmen. Ja, mehr um deinen. Nein, ich meine. Ja, deinen. Ach, jetzt denkst du, du wirst du sterben. Ja, ich sterbe wohl leider. Oder nicht. Sieben von sieben. Oder was? Oh, okay. Ah, jetzt wissen wir, wie unser Flugzeug da war. Aha, sie meinen, der Flugzeug sollte unser Flugzeug sein. Der oben war doch im Himmel. Das Ende. Das Ende. Ja, okay, wir haben es geschafft. Und gecheckt, wieso da ein Flugzeug war. Nächstes Mal könnten wir eine Verbesserung machen. Und ja. Denkst du, wenn ich nicht Schießen gemacht hätte, hätte er dann den Präsidenten umgebracht oder so? Ich habe so einen richtig großen Fehler gemacht. Aber der Ronald war so komisch mit diesem Text einmal so. Äh, weißt du noch so? Wo er gesagt hat, äh, äh, ich bin früher weggegangen und bla bla bla, ne? Also ja. Ja, aber Mary, im Runde ist bei den anderen Spielen doch jetzt. Ist er tot. Ich habe nichts gemacht. Okay, Leute. Es war vielleicht ein großes Fehler, was ich getan habe. Aber, Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Videos mehr von uns zu verpassen. Und ich würde vorschlagen, ciao!